Moin Seelungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkursgaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sind hier im Wald von Arlon. Das kann ich nochmal mitnehmen. Ja, machen wir es doch direkt. Und Königin Ricardis, steht unser Pferd noch? Ne, unser steht nicht mehr da. Hat uns ihren Sohn präsentiert, dann sind wir zum König gegangen und der ist uns natürlich direkt in den Rücken gefallen. Und jetzt hoffe ich, dass der Sohn, wie hieß denn der Sohn? Ich weiß gar nicht, der hat einen Namen, da bin ich mir ganz sicher. Dass der irgendwie die Thronfolge annehmen wird, möglichst bald, da müssen wir vielleicht nachhelfen. Und Ricardis inzwischen als Truchsessin, als Stadthalterin agieren wird. Das ist so meine Hoffnung. So, hier drüben sind wir. Ach ja, ich wollte ja eine Schnellreise machen, denn hier eigentlich zum Büro der Verborgenen. Hier zwischendurch haben wir alles soweit eigentlich erkundet. Da reiten wir später nochmal hin. Erstmal wollen wir hier so ein bisschen die Story machen, würde ich sagen. Und da wollen wir hin. Ins Assassinenbüro. Ach, welche Schätze haben die Assassinen hier wohl zurückgelassen, als sie die Stadt verlassen haben? Damals mit dem Abzug der Römer. Das müssen wir mal rausfinden. Und irgendwie scheint er hier auch vielleicht noch irgendein Assassiner sein Unwesen zu treiben. Möglicherweise. So, wo ist denn der Eingang zu diesem Ding? Wissen wir das? Nicht so richtig, ne? So, wo kann ich denn hier runterhopsen, ohne mehr weh zu tun? Drüben in diese Richtung muss ich ungefähr. Ja, willkommen in Paris. Hallöchen. So, hier können wir uns doch mal so ein kleines bisschen umsehen, denke ich. Dann muss ich mal schauen, wo ist denn das? Hier direkt links nochmal, würde ich sagen. Und dann müsste hier eigentlich irgendwo der Eingang sein. Da zum Beispiel. Schlangen. Nein. Ja, bloß nicht die Leiter benutzen. Das wäre fatal. So. Ja, gute Frage. Auf jeden Fall, die Schlüssel mussten wir aus, also den einen Schlüssel mussten wir aus drei Schlüsseln, die wir in unterschiedlichen Ruinen gefunden haben, zusammenbasteln. Das war auch ein bisschen... Ach ja, aufwendig nicht direkt, aber... Wo will ich denn hin überhaupt? Ich habe ja schon mal gar keine Ahnung, was da unten so vor sich geht. Weil alles so super dunkel ist. Gibt es hier gar nichts interessantes? Doch, hier vorne. Anordnung zum Rückzug. Okay, die kennen wir schon. Ach so, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. So sieht es aus. Ich wünschte halt, ich könnte die Ratten irgendwie wegsperren. Aber das da sieht auch nicht direkt nach Röhl aus, oder? Das heißt, die Ratten werden hier gleich alles ausmachen, einfach. Man kann Ratten auch mit einem direkten Treffer durch eine Fackel vertreiben. Mehr oder minder. Ja, ich müsste jetzt wahrscheinlich irgendwas davor schieben, einfach. So, hinfort mit euch. Ach, und dann soll ich hier eigentlich nur an die... ...Krüge ran. So, ich will mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier einfach so ein Ding davor stelle... ...ne, das reicht hinten und vorne nicht. Aber mich würde halt schon interessieren, was es da unten Spannendes gibt. Da hinten zum Beispiel ist irgendwie so ein Opal oder sowas. Oder? Was ist denn das? Ja, das ist ein Opal. Also verfolgen mich die Ratten bis hierher? Scheinbar nicht. Was soll ich sagen? Da glänzt es halt so schön. Oh, was habe ich jetzt getan? Und was habe ich angezündet aus Versehen? Das ist eine Sackgasse, okay. Warum leuchtet denn das so schön? Was hat es denn damit auf sich? So, da hinten geht es nicht weiter. Hier sind irgendwie nur ein paar Pfeile scheinbar. Kann ich das irgendwie entflammen? So bestimmt nicht, ne? Ne, das brennt nicht. Na gut. Ich wusste doch, dass es entflammt. Aber warum konnte ich das mit der Fackel nicht entflammen? Ich meine, das ist doch total schön hier. Mal abgesehen davon, dass es jetzt halt brennt und... Hm. Jo. Ich jetzt mittendrin stehe. Okay, ich konnte einfach drüber laufen. So, da hinten sehe ich Unmengen von Schlangen. Da habe ich natürlich auch total Bock drauf, aber... Können wir mal direkt was ausprobieren eigentlich. Schieß mal vielleicht so hier in diese Region. So ein Ding. Dann können wir damit nämlich ganz viele Schlangen auf einmal in Brand setzen. Mit dieser brennbaren Wolke. Was halt super funktioniert. Jetzt brennen die Schlangen natürlich wieder eine Weile. Und ich stehe hier dumm rum. Sind die Racken jetzt bis nachher vorne gekommen? Ne. Ach, das sind die Flammen, die da so züngen. Ich wollte gerade sagen, hörst du wohl auf zu leben? Da hat die Schlange dann auch prompt. Okay, wunderbar. Also das funktioniert schon mal alles. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Soll ja auch noch was aussehen. Menge Helme und Schwerter haben wir da. Und dann halt hier diese Kiste. Aber sonst nicht viel, ne? Oh, ein Schwert. Er lasse das Bruderschaftshaus. Aber erstmal schauen wir uns dieses Schwert an. So, wir haben ja immer noch Skiffnung. Wir haben inzwischen aber auch ein anderes Schwert. Vergifte deine Waffe nach fünf schweren Schlägen in Folge. Ja, finde ich nicht so gut. Das Ding ist schon voll ausgebaut, ne? 117, 162, 63, 112. Ja, ich meine Betäubung erhöhen ist natürlich schon cool. So, und jetzt soll ich hier irgendwie wieder rauskommen. Mehr gibt es hier scheinbar gar nicht zu holen. Und schade. Ich hatte ja gehofft, irgendwie noch ein, zwei Dokumente vielleicht oder so. Hier zu finden. Guck mal. Wasser ist doch nützlich. Ich hatte mir einen kleinen Kampf mit Karls Leibwachen geliefert. Das sagt ja, hier lebt vielleicht noch jemand. Das stimmt. Was haben wir denn hier? Ein seltsamer Brief. Dieser Ort ewiger Ehre und vollbrachter Taten. Wir sind, was? Wir sind viele. Doch sind wir eins, wenn wir warten. Ach Gott, erreibt. Deren fester Glaube und einsame Arbeit ging nun dem Kampf allein. Ich muss nun unerkannt im Dunkel harren, auf das dein Werk glänzt im Licht erscheinen. Verzeih die toten Soldaten. Sie wollten nicht kampflos gehen. Gezeichnet AC. Wer ist denn AC? Das haben wir auf jeden Fall erstmal erledigt. Und jetzt müssen wir irgendwie zum Lager kommen. Hier hoch. Ehre und Feinde. Eibau stößt an einem Vorposten nahe Paris wieder zu den anderen Kriegern. Ach ja, aber vorher. Aber wo ist denn die? Ich muss die andere ganz da unten. Silber zu nicht. Das würde ich ja schon gerne eigentlich noch tun vorher. Irgendwas scheint es da noch zur Entdeckung zu geben. Ja, vielleicht. Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir erstmal da hin. Aber wir wissen jetzt immerhin... ...dass hier tatsächlich noch ein Assassine lebt. Man hat es ja schon gemutmaßt. Nicht die Leute damit eigentlich verletzen. Ey. Das ist nur zum cool aussehen. Ach, Pferd. Damit habe ich ja meine Nahrungsration wenigstens wieder aufgefüllt. Meine Gegner lassen ja immer so ein bisschen was fallen. Beziehungsweise man regeneriert ein bisschen im Kampf, da man Gegner tötet. Ja. Das sieht ganz schön traurig aus hier. Aber ich habe nicht unbedingt erwartet, dass ich hier so fies überfallen werde. Direkt vor den Toren von Paris quasi. Aber nachts scheint es hier echt ganz schön gefährlich zu sein. So. Da sind wir schon am Lager. Löwchen. Ja, es sieht so aus, als wenn die Belagerung hier wirklich schon halb im Gange wäre, wenigstens. Warum willst du nicht hier lang reiten, wenn wir ganz klar nach da drüben müssen? Oh. Und was haben wir hier für einen interessanten Brief vielleicht? Ausgang zu einer Herausforderung. Achso, den kennen wir doch schon. Echt? Warum? Was denn passiert? Außerdem Rabe. Brief. Bericht über die Rebellion. Bonjour. Toka. Die fränkischen Rebellen wüten unter den Truppen der Loyalisten. Mir ist etwas mehr, mit etwas mehr Seba könnten sie sie vielleicht sogar bezwingen. Ich weiß, dass diese Rebellen Franken sind, aber du verfolgst dieselben Ziele. Wenn du ihnen hilfst, könntet ihr dieses Ziel schneller erreichen. Bezeichnet Pierre. Longships on the shore. As beautiful as swans. More like wolves, circling for the kill. True. This is no raid. When we get inside those walls, what happens, Eivor? You have fought before. Bled. Killed. Yes, but... There are children in that city. They cannot flee. When the wind is right, I can hear them yelling. Playing games. There need not be a slaughter. We may still persuade the Franks to yield. Though I am unsure of the best way. Tell this to Siegfried. Tell me what? We are here. They see our strength. Let them give up their silver, sign the treaties, and we sail home. To gain fame and wealth this way is good. Count Odo leads the Franks in Paris, yes? Aye. He defends the city and draws other nobles to cause. I can talk to this Odo. No more talk. The High One says... ...tis better to live than to die. ...that the dead till no fields. Quote the Old Father at me. I shall burn Paris, with or without you. You have lost thanes enough. Would you rule a wasteland? Go then. Talk Count Odo out of his silver, if you can. I will at that. Toka, where is this Odo? You might pick up his trail at Ponce's era, but go with stealth, that is enemy ground. Siegfried, der ist ein bisschen ungeduldig. Evo, this Odo is no Willowreed. It does not bend in the wind. Ja, ja. Und das ist Feindesland, sagst du. Vielleicht können wir da doch noch irgendwas reißen. Ich werde erstmal in diese Richtung reiten. Komm, mein Pferd hier hoch. Ja. Zier kann nicht erreicht werden, ist ja ganz sicher. Warum denn nicht? Weil es da unten angeblich keine Straße gibt. Dann reiten wir bis dahin. Da scheint es sowieso irgendwas Spannendes zu geben. Aus dem Weg. So, aber. Beschleunigen bitte. Ja. Ich hoffe, das Pferd nimmt wenigstens irgendeinen halbwegs schlauen Weg. Das wäre schon mal super. Aber irgendwie macht das Pferd hier sehr gemütlich. Langsam erst mal. Puh. Puh. Komm schon. Bis weit und breit niemanden wir niederreiten könnten. Einfach mal richtig beschleunigen hier. Ich fand das Pferd immer noch schön. Habe ich hier eigentlich irgendwo noch eine Manichierung? Ne. Ah ja, doch klar. Die, zu der ich reite. Oh, das dauert ewig. Warum? Okay, und dann schluss das Spiel ab. Ernsthaft? Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Spiel los ist. Irgendwie. Keine Ahnung. Moment. So, ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen querfeld eingeritten, weil es einfach deutlich schneller geht. Was war das? Nichts. Alles klar. So, dann schauen wir mal. Oh, wer macht das schon, Jungs. So. Ach, hier gibt es wieder Schildkröten. Ja, wenn man weiß, dass es Schildkröten sind, dann erkennt man die auch tatsächlich. Das sieht ein bisschen aus wie ein Heiligsturm. Oh, was muss ich da opfern? Schauen wir mal. Drei Sumpf Schildkröten. Ja, okay. Also muss ich doch auf Schildkrötenjagd gehen. Und die Biester sind ja so verdammt schnell, ne? Ich würde sagen, das war ein Treffer. Oh, das war ein bisschen zu hoch gezählt scheinbar. Guckt mal, wie schnell die auf einmal schwimmen können, ne? Ich habe noch nie eine Schildkröte gesehen, die so schnell schwimmt. Und die Oberfläche sind ja so. Vielleicht ist sie so aufgewühlt, man sieht gar nichts. Und die Oberfläche ist ja so. Und die Oberfläche ist ja so. So, jetzt müsste ich eigentlich drei haben, schauen wir gerade ins Inventar, dann können wir da die Opfergabel darbringen und uns einen Beherrschungspunkt holen. So, hier bei den Fischen ist das doch bestimmt, oder? Drei Sumpfschildkröten. Drei Sumpfschildkröten Ach, ne Prüfung der Morrigan ist das? Ist ja eigentlich hier komplett falsch, ne? Aber, äh, ja, sei's drum. Eigentlich wollte ich das so machen, dankeschön. So, ich hoffe die Richtung ist so ungefähr die richtige. Ah, viel weiter links. Da unten, aha. Und hier oben haben wir schon eine Wache. Ja, da ziehen wir hin. Ich hätte direkt auf meine Position vorher so einen Brandpfeil schießen sollen. Das wäre halt voll clever gewesen. Hm. um don't nod off now let's stay awake Oh, they love plettium ishain, oder? Oh, it's on your core! More kills, you burn! Okay. Bin ich sehr zu früh oder zu spät? Ah, zu spät scheinbar. Oh! Hm? Oh, das hat unsere ... ... ... ... ... ... ... Oh, das hat unsere Berichtigkeit aber nicht so richtig erhöht, ne? So, weil ich noch mitten im Lager stehe. Straße folgen nicht verfügbar, na klar. Also eigentlich möchte ich schnell da rüber. Die Richtung, stimmt das? Ne. Bisschen weiter dort entlang. Aber so haben wir hier auch mal eine ganz andere Ecke gesehen, nebst Speerlager. In die Ecke wäre ich sonst vielleicht nie gekommen. Ach, hier sind wir schon bei den Hügelgräbern. Ne, Hügelgräber sind komplett auf der anderen Seite. So, dann schauen wir noch, was Pierre zu sagen hat. Zum jüngsten Erfolg und ob er eine neue Mission hat. Da stehen sie, unsere beiden tapferen Rebellen. Ja, ich wollte mal gucken, was die ähm... Na, Verbesserungen vielleicht? Ja, da bin ich mal gespannt, was da passiert, wenn die Stufe ein bisschen steigt. Stelle nach erfolgreichen Attentaten. Achso, ne, ne. Das ist nicht so spannend. Neue Anwärter. Fügt dem Trupp einen Rebellenkrieger hinzu? Oder fügt einen Fernkämpfer zu dem Trupp hinzu? Achso. Kann ich die auch mischen? Keine Ahnung. Ne, ich hätte gerne einen neuen Auftrag vielleicht. Vielleicht noch einen Solo-Auftrag. Vorteile stehlen ist in der Nähe. Es gibt 150 plus 50 pro Überleben der Verbündeten. Das heißt, selbst wenn ich drei hätte, würde ich nicht mehr bekommen. Deswegen das hier. Einer der Hauptmänner der Loyalisten macht jedes unserer Lager, dass er angreift im Erdboden gleich. Zu viel von unserer Arbeit ist schon ein Rauch aufgegangen. Du findest ihn auf dem Weg von Stampas nach Kastris Provinas. Lösche dieses Feuer. Okay, machen wir. Ich weiß zwar nicht wo das ist, aber da können wir uns frühestens beim nächsten Mal rum. Hier vorne ist das. Das liegt doch direkt auf unserem Weg. Das ist doch voll praktisch. Dann machen wir das. Aber nicht mehr heute, wie gesagt. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.